Musik 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 1.000 Jahre russische Geschichte hat die Stadt Sustal miterlebt. Der Kreml gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und viele andere alte Bauwerke sind in der kleinen Stadt mit gerade 11.000 Einwohnern erhalten. Russland TV präsentiert Impressionen aus diesem Juwel Osteuropas. Russland TV Russland TV Russland TV Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020